Swiss&Girls, herzlich willkommen zurück. Jetzt einen wirklich speziellen Augenblick, nämlich zum ersten Mal ist eine Schlagersängerin da an der Swiss Music Awards. Beatrice Segli, schön bist du hier. Ich freue mich auch hier zu sein. Das erste Mal am Swiss Music Awards. Hey, top. Wirklich, gerade nominiert in zwei Kategorien. Best Female Solo und Best Album. Holst du gerade zwei Steine nach Hause? Ich weiss es nicht, es wird spannend. Ich rechne nicht damit, aber ich freue mich auf den Abend und ich freue mich, dass ich nominiert bin. Und noch mehr freue ich mich, dass ich dich jetzt gesehen habe. Oh, ich habe die Augen so vermisst. Aber das verstehen wir nicht. Alle Frauen, die verstehen mich jetzt. Wir vermissen immer deine Augen. Du besingst sogar meine Augen. Ich glaube, den Song hast du sogar geschrieben, bevor du mich kennengelernt hast. Nein, ich kenne dich doch schon ewig. Wir sind auch seelenverwandt. Übrigens. Okay, gut. Sie ist leider schon vergeben. Ich kämpfe dich. Du schulst mir auch noch ein Nachtessen, liebe Beatrice. Ja, stimmt. Du hast mir in der Sendung ein Nachtessen mal versprochen. Man muss jetzt ja nicht allen sagen, dass wir noch nicht gemacht haben. Und das eine Chips, das wir zusammengeessen haben, das zählt noch nicht. Aber weisst du was, wenn wir nachher beim Apera ein Häppchen zusammennehmen oder so, dann lasse ich das sonst gelten. Was meinst du? Ich bin dabei. Ich freue mich. Ich habe jetzt schon mega Hunger. Viel Party machen kannst du nicht, weil du hast morgen gerade das Konzert in Dänemark. Genau, ich muss recht schnell ins Bett, weil am Morgen um 7 Uhr geht mein Flug nach Dänemark. Morgen zwei Stunden Show in Dänemark. Das heisst, wir haben nicht ein langes Nachtessen miteinander. Aber ein bisschen Feiern können wir ja trotzdem. Aber weisst du, so ein kleines Gürchen, Tartarsauce, sind wir zufrieden. Ist das gut? Super, das machen wir. Beatrice, ich wünsche dir alles Gute für den Abend. Ich habe den Daumen gedrückt. Schön, dass ich das gesehen habe.